So Leute, wir reagieren jetzt auf das Video von KuchenTV, es geht um einen Test. Ne, es geht um Twitch und es geht um Livestreams, so Pool-Hot-Tab-Livestreams, glaube ich. Und dass Twitch da tatsächlich gar nichts gegen macht. Da schauen wir jetzt mal rein, ich bin sehr gespannt. Und Kuchen wurde wahrscheinlich mal wieder nicht monetarisiert. Jo Freunde des Erwachsenen-Contents, am Anfang eine kleine Meldung. Da sind wir doch dabei. Ich werde momentan auf allen möglichen Plattformen gebottet, auch auf YouTube. Deswegen wäre es mega nice, wenn ihr das Video liken und kommentieren könnt. Er wird gebottet? Das ist nicht cool. Auf YouTube ist das nämlich richtig schwer zu removen. Auf Twitch ist das easy. Da sonst die Gefahr bestünde, dass ich aus dem Algorithmus rausrutsche. Und das möchte natürlich keiner. Außer jeder, gegen den ich Videos mache. Ihr kennt das. Außer Alpha Kevin. Kürtschul. Choyoka. Ihr wollt ordentlich die Zuchtwichse abmelken, aber ihr habt einfach keine Freunde, mit der ihr das Ganze machen könnt. Deswegen gibt es dafür vorgesehene Seiten. Wie beispielsweise togo.de. Äh, ich... Ja, togo. Meine halt so 18 plus Seiten. Zum Beispiel togo. Wo beispielsweise dieses Fenster hier kommt. Und... Ähm... Tatsächlich ist es so, wenn ihr das da falsch angebt, dann explodiert euer PC und die Polizei stürmt euer Haus und ihr kommt ins Gefängnis. Würden sich natürlich an Regeln halten und mit 16 auch bestätigen, dass sie keine 18 Jahre sind. Also wer das nicht macht, wirklich, ihr seid hochkriminell. Dings gibt es jetzt eine Seite, die genau dieses Problem löst. Oh Mann, das kriegt nicht so ein Placement, Alter. Es gibt eine Seite, die genau dieses Problem löst. Ich bin 40, perfekt. Dann, dann darfst, dann darfst du das schon. Es ist allerdings keine neue Seite, sondern unsere geliebte... Genau, und eure Mutter kommt rein. Ähm... Zusammen mit dem Trupp vom FBI. Ihr kennt ja dieses Meme FBI Open Up. ...Streaming-Plattform Twitch. Dort sind momentan super viele Creatorinnen aktiv, die einfach penetrant ihren Arsch in die Kamera halten oder auch die Brüste, keinen eigenen Content bieten und auch nicht dafür gesperrt werden. Soll ich auch mal, ähm... Also, wisst ihr, was der Vorteil ist? Ich... Ich darf tatsächlich... Ich darf ja komplett oben ohne streamen. Also, wenn ihr dieses Content von mir möchtet, dann jetzt 10 Subs raushauen. Nein, Spaß. Das mache ich wirklich nicht. Made Outfit bin ich noch dabei, aber oben ohne stream ich nicht. Ich bin nicht Leon Lovelock. Bevor wir allerdings damit starten, kurz eine andere Sache, die mich ebenfalls extrem nervt. Und zwar Ausländer. Äh, ich meine Bots auf YouTube. Momentan ist es komplett normal, dass wenn man ein Video hochlädt, direkt 10 oder 20 Bots sind, die solche Kommentare hier schreiben, ebenfalls mit... Ja. Also, ich hatte die zum Glück noch nie. An der Stelle frage ich mich, warum... Wie sieht es mit Hot Tub Stream aus? Ja, da brauche ich erst mal 10.000 Subs, damit ich mir so ein Hot Tub leisten kann. Ähm... Genau, ähm... An der Stelle frage ich mich, warum kann YouTube die nicht einfach removen? Ich meine, die sind halt wirklich immer halbnackt in ihrem Profilbild und zeigen dann halt... Basically alles. Ich meine, YouTube könnte doch alleine, wenn jemand versucht, so ein Profilbild hochzuladen, diesen Account shadow bannen oder auch gleich bannen. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist das nicht eigentlich das Beste, was einem passieren kann für den Algorithmus? ...sexuell anzüglichen Bildern, um irgendeinen Onlyfans oder sowas zu promoten, wo ich mir die Frage stelle, wie Google da nach Monaten immer noch nicht gegen vorgehen kann. Hm, ich bin mir nicht sicher, ob das Bots sind. Also, die schreiben durchgehend immer die gleichen Kommentare tausendfach unter jedes... Haben immer das... die gleiche Schema von Profilbild? ...video, was veröffentlicht wird? Naja, vielleicht sind die einfach sehr aktiv auf der Plattform. Aber heute soll es ja um Twitch gehen. Twitch ist eigentlich eine ziemlich nice Plattform. Man kann dort... Yes, Twitch ist cool. Ähm, Link im Profil. ...streamen, mit Zuschauern zocken, quatschen oder es gibt auch immer häufiger heftige Events, die einfach auf Fernsehniveau sind. Allerdings scheinen Twitch-Mitarbeiter nicht gerade viele Frauen zu klären, weswegen es heute ganz viele Creatorinnen gibt, die halt wirklich penetrant sexuellen Content... Ja, das ist es. Das ist es. Andererseits denke ich mir so, eigentlich müssten die gut für den Algorithmus sein. Insofern... lösche ich die, wenn ich die dann mal bekomme? ...auf der Plattform erstellen, obwohl das Ganze eigentlich verboten ist. Hey, das Ganze gibt es auch noch in abgeschwächter Form, wo das vielleicht noch ganz in Ordnung ist, wie zum Beispiel hier. Ich würde mal konzentrieren, ich würde mal konzentrieren, das ist ganz schön viel, nein Spaß, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht, habe ich gesagt. Nein, das machen wir nicht. Hey, der Äquator ist... der Äquator hat nicht mal eine Dicke. Der Äquator ist keine existierende Linie, insofern... der ist kleiner als ein Millimeter. Aber gut, das könnte man noch als Grauzone betrachten, obwohl der Fokus natürlich auch schon auf dem Becken- und Po-Bereich liegt. Allerdings ist das noch, würde ich sagen, relativ in Ordnung. Andere Streamerinnen übertreiben dagegen allerdings komplett. Beispielsweise Vanessie. Die löscht natürlich ihre VODs, da man eigentlich keine Angst haben müsste, gesperrt zu werden. Sie macht es allerdings trotzdem. Die erstellt beispielsweise so einen Content hier. Das sieht aus wie ein C-Max-Thumbnail. Ey, und kein Front... Ach, sie zeigt auch noch ihr Gesicht. Ich dachte, man sieht nur den zensierten Bereich. Aber der Bikini wäre eine Nummer größer wahrscheinlich besser gewesen, weil das erinnert mich einfach an diese Wurst hier. Und das ist wirklich der... Entschuldigung. Ist es in dem Fall okay, dass wir hier fettfeindliche Witze machen? Weil die Leute ja die Plattform für was Schlechtes ausnutzen. Deswegen würde ich sagen, ist es okay, weil die Leute machen was Böses, okay? Können wir das einfach mal so sagen? Okay, nicht lachen. Unlustig. Puh, Puh, Kuchen. Fettfeindlich. Einzige Content, den sie bietet. In anderen Streams steht sie dann zum Beispiel so vor der Kamera oder auch so... Ah, okay. Hier. Das ist nur ein zufällig platzierter Spiegel. Mann, der Spiegel ist da bestimmt nur ganz zufällig, glaube ich. Das Ganze wird einen jetzt natürlich nicht wundern, aber diese Mädels nutzen natürlich Twitch... Wie kann man da ernsthaft folgen? Ich folge all denen bis jetzt. Ich bin zwar 18, aber... Aber folgt denen trotzdem ein. Einfach nur, um ihr Onlyfans zu promoten und natürlich Geld mit irgendwelchen Sims zu machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die macht das aus Leidenschaft, um großartigen Content zu erstellen. Septic selber hat das Ganze ebenfalls schon in einem Tweet blockiert und sie hat dann auch diese Antwort darauf gegeben. Und ich will mich natürlich nicht selber feiern, aber ich habe sie komplett zerstört. Das Schöne an dir ist, sobald du dein jugendliches Aussehen verloren hast, geht's direkt zur Arge. Ich folge der nicht. Lucy Potter, nimm mir nicht alles so ernst, was ich sage. Stört. Das Schöne an dir ist, sobald du dein jugendliches Aussehen verloren hast, geht's direkt zur Arge. Das Ding ist, wenn es jetzt nur eine Streamerin wäre, die das... Fand ich nicht lustig. Ich distanziere mich von KuchenTV. Ganz weit. Das Ganze macht. Dann wäre das schon schlimm genug, dass Twitch da nicht gegen vor geht. Aber das Ganze ist ein komplettes Businessmodell auf dieser Seite geworden. Die Streamerin Ole sagt... Ich sag... Frage aus Recherchezwecken, musst du selber recherchieren, Tom. Ich teile meine Recherche nicht mit dir. Ja, ich sag immer, wenn Leute alles zu ernst nehmen, sei kein Alpha, Kevin. Lieber Mann, oder wie auch immer die heißt, mach zum Beispiel einen Stream, wo ich diesen Screenshot erstellt habe. Boah, hä? Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, die ist... Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, die ist komplett nackt. Weil das Hautfarbe ist. Sehr gut, Twitch.de. Okay, die können wir noch bannen kurz vor Dekalent. Aber dann ist Dekalent dran. Da siehst du den Namen. Tom, für dich, hier, bitteschön. Ich meine, die hat 1000 Zuschauer. Die scheint irgendwas richtig zu machen. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Die hat gar nichts an oder eine hautfarbene Strumpfhose. Warte, die ist... Nein, die kann ich komplett. Das geht nicht. Hä? Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Äh, genau. Kriege ich dann auch? Jetzt beantworte ich die Frage einfach, einfach for real. Ich meine, die hat hier einfach das hier als Tag drin. Versuche das mal bei mir reinzuschreiben. Also, im Grunde hat man komplett alles gesehen. Ich musste das natürlich zensieren. Und nein, bitte schreibt mir nicht. Ich schicke euch nicht die unzensierte Version. Kuchen, bitte. Bitte schickt mir die unzensierte Version. In anderen Streams von ihr sieht man, dass offensichtlich das Kochen auf jeden Fall im Vordergrund steht. Kleiner Tipp, es wäre besser, wenn du die Kamera irgendwie hierhin tust und so leicht von oben drauf filmst. Ich auch. Wohl man die Herdplatte einfach so gut wie gar nicht sieht. Dafür wurde sie logischerweise nicht gesperrt. Während ich hier gerade das Skript schreibe, ist sie weiterhin fröhlich am Stream und haut ihren Content raus. Nein, wirklich? Okay, für 5000 Subs. Also, das hier ist ja halt schon offensichtlich der Fokus auf den Bildern, die sie malt. Leute, was denkt ihr hier? Wo guckt ihr hin? Leute, ich bräuchte... Ich hätte jetzt gerne einen Eye-Tracker. Also, ich gucke auf das Bild. Und auf das Bild. Und ich frage mich, wo sie hier lebt, weil die Blätter sehen interessant aus. ...nicht mehr und ist auch seitdem gesperrt auf der Plattform. Allerdings weiß ich nicht, was sie gemacht hat. Also, das mit dem... Die muss ja ein Porno gedreht haben. So, wofür wird man auf Twitch gesperrt? Das ist wirklich schon sehr, sehr peinlich, Bro. Es gibt halt wirklich dutzende Streamer, die das Ganze... Wo guckt ihr hin? Beispielsweise Mello. Wir können ja einfach mal bei ihr in den Stream gucken. Okay. Guck, Lucy auch. Auch gute Streamerin. Ich frage mich, warum man sich so ein hässliches Standardbild von Paris hierhin hängt. Weiß. Ähm, oder... Ich bin farbenblind. Ha! Ha! Ich hab euch ausgetrickst. Ich bin farbenblind. Ähm. Warum hängt man sich hier so Standardbilder hin? Ich meine, das ist ja komplett langweilig. Hast du die im Bild... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Nein, da hab ich nichts von gehört. Aber ich werd mir direkt was davon kaufen. Ich meine... Hast du die mit nem... Hast du die mit nem... Ähm... Hast du die mit nem Bilderrahmen dazu geschenkt bekommen? Alrighty. Wir haben ja schon fast dreieinhalb Stunden gestreamt. Ach, die ist deutsch sogar. Im Chat. Fast dreieinhalb Stunden. Ist das ein iPad auf so einer Tastatur? Das ist das, was ich mich frage. Ich denke, wir beenden jetzt lang... Das Oberteil... Da würde aber noch was gehen. Also da macht C-Max aber mehr Content. In diesem Stream. Die wurde ebenfalls mal gesperrt. Für drei Tage. Danach konnte sie einfach weiter fröhlich ihren Content machen. Guck, so ein Oberteil. Da finde ich würde nämlich noch mehr... Genau, so... So was wäre da besser gewesen. Und nur mal so zum Vergleich. Montana Black wurde mal für sieben Tage gesperrt, weil er in Unterhose gestreamt hat. Also ich glaube, er ist aufgest... Nein. Nein, 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 nein. Er wurde gesperrt, weil er mit der Hand... Ähm... Geschlechtsteile, ähm... Dargestellt hat. Dann hat man halt gesehen, dass er nur eine Unterhose anhatte und wurde gesperrt. Ebenfalls Monte wurde auch mal für drei Tage gesperrt. Achso, das, ja, okay. Weil er mit der Hand so getan hat, als ob er einen Penis in der Hand hält. Ich guck... Ich guck... Ich guck... Ich guck in meinen... In meinen, ähm... Acht-Monitor, der hier ist. Also das klingt für mich wirklich sehr, sehr fair, muss ich sagen. Für mich auch. Da wird wirklich nicht mit zweierlei Maß gemessen. Sowas hier wiederum ist natürlich... Genau, ein schlimmer Finger. ...absolut in Ordnung. Zeven. Eicht. Nein. Ich sehe da, kein Problem. Ten. Hey, sie macht Sport, das ist gesund. Lass sie in Ruhe. Leven. Wenn ich das mache... Wenn ich das mache, kriege ich dann auch 2000 Zuschauer? Will. Auch sie zeigt die ganze Zeit ihren Arsch in die Kamera. Warte mal, sind... Sind... Sind das die... Sind das diese Govi-Dinger? Und war... Was ich mich frage an der Stelle, hast du keinen besseren Platz gefunden, diesen Receiver, ähm... Als diesen Receiver hier mitten an die Wand zu machen? Das ist das, was mir zuerst auffällt. Und warum ist dein Fenster komplett überbelichtet? Dann zieh doch bitte den Vorhang zu. Und zoome das Bild ein bisschen mehr rein. Auch sie zeigt die ganze Zeit ihren Arsch in die Kamera und macht dann gegen Subs, also gegen Gates, so halbe Squats. Das sind nicht mal richtige, die sie da macht. Einfach nur, um ihren Arsch besser in die Kamera strecken zu können. Es geht auch weiter. Diese Streamerin hier zeigt ebenfalls deutlich mehr. Ich meine, sie hat ja auch nur den Body... Mich steuert eher das ungemachte Bett. Sehr gut, aber ich glaube, das sitzt hier drin beim Stream. Ähm... Also fangen wir mal kurz an. Das darf sie anhaben, weil, ähm... Das ist... Das ist Badebekleidung und hier steht ein Whirlpool. Insofern ist das die... Die normale Bekleidung für die Situation. Da, ne... Finde ich gut, dass sie ihr Mikrofon-Placement immerhin noch hinkriegt. Ähm... Ich frage mich, warum bedeckt sie ihre Füße? Das kriegt man Dino für Geld, aber... Manchmal sieht man da auch ein bisschen was, aber auch das ist für Twitch absolut in Ordnung. Das wird einfach durchgelassen. Das ist jetzt die neue Sitzposition. Man setzt sich jetzt so hin und streckt so alles in die Kamera. Das ist jetzt neuerdings angemessen. Das sind gar kein Problem. Was ebenfalls anscheinend erlaubt ist, ist sowas hier. Kein Plan, was sie sagt. Wahrscheinlich irgendwas überreißt oder so, aber ich meine sie... Ahaha... Kuchen! 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 Aber... Kein Plan, was... Aber, aber... Aber... Was sie sagt, wahrscheinlich irgendwas über Reis oder so, aber ich meine, sie trägt hier ja offensichtlich ein Dessous. Also es ist ja nicht mal so, dass das jetzt ein normaler BH ist, wo man sich auch schon drüber streiten könnte, sondern sie will damit... Aber so ein BH zu tragen, ist das nicht quasi das gleiche, wie eine Unterhose zu tragen? Würde ich schon sagen. Also, ob ich jetzt... Also ich brauche nicht mal ein BH, ich könnte hier oberkörperfrei streamen. Wenn ich das wollen würde. Ähm, die Frage ist, dürfen die auch oberkörperfrei streamen, wenn sie sich als Hi-Him identifizieren? Hab ich grad einen Loophole gefunden? Was ist, wenn die bei der Anmeldung einfach Hi-Him angeben? Leute? Und Twitch sagt dann, hey, 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 ihr dürft hier nicht oberkörperfrei streamen. Und sie sagt dann, nee, 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 ich identifiziere mich als Mann. Wenn Twitch sie dann sperrt, sagt man einfach, ja, Twitch ist transfeindlich. Nö, muss sie nicht. Ähm, Funk hat eine ganz tolle Reportage gemacht, dass es keinen Unterschied gibt. Zwischen dem Oberkörper einer Frau und den eines Mannes. Also, würde ich sagen, da haben wir einen Loophole gefunden. ...die auch einfach sexuell anziehend wirken bei dem Stream. Das Lustige ist, es gibt auch ein anderes Stream. Jaja, aber Funk hat uns erklärt, dass das keinen Unterschied gibt. ...und zwar die hier, die sich einfach einen Titel beschwert. Hä, ich bin irgendwie geshadowbannt, ich weiß gar nicht warum. Ja, also... Du hast 91 Zuschauer, beschwer dich nicht. Heuleiße. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären, dass du nicht gesperrt bist, sondern anscheinend nur einen Shadowban hast. Die Frage ist natürlich, was stört mich jetzt daran? Naja, offensichtlich einfach der Fakt, dass das laut den... Alles? ...Twitch-AGB einfach verboten ist. Ähm, ich kann euch ja einfach mal ein bisschen was vorlesen. Damit Inhalte auf Twitch für unser... Yes? Ich berufe mich nur auf Funk. ...vielfältiges Publikum geeignet sind, sind sexuell an... Ich weiß schon, dass wir das... Also wartet mal, ich muss zu dem Joke vielleicht ganz kurz was sagen. Ich weiß, dass das keine... Dass das nicht das ist, was Transmenschen sind. Ähm, ich wollte damit nur ein bisschen Kritik ausüben, ähm, zu Leuten, die sagen, dass man das einfach laut Selbstauskunft machen kann und... Und so weiter. Also, dass man da überhaupt nichts... Also ihr versteht, ich... Ich wollte damit nur Kritik üben, dass es gefährlich sein kann, wenn Selbstauskunft das einzige Mittel ist. Und die Funksache da. Nicht, dass ich mich jetzt über so Leute lustig mache, also die sollten komplett akzeptiert werden und so weiter. Ihr kennt meine Anstellung. Anzügliche Inhalte auf Twitch verboten. Bei der Bewertung, ob Verhalten oder Aktivitäten sexuell anzüglich sind, berücksichtigen wir nicht die Kleidung des Streamers, sondern den Gesamtzusammenhang. Äh... Also, ob das anzieht ist, bewertet der Justus bei uns, der bewertet, ob er das hot findet oder nicht. Folgendes ist beispielsweise auf Twitch verboten. Inhalte oder Kameraeinstellungen, die auf die Brust, das Gesäß oder den Beckenbereich fokussiert sind. Habe ich noch nicht einmal gesehen gerade. Einschließlich Posen, die diese Körperteile bewusst betonen, betatschen oder eindeutige Gesten, die auf die Brust, das Gesäß oder die Genitalien zielen. Kameraeinstellungen auf das Gesäß sind also laut Twitch verboten. Warten ist das hier, das hier, das hier oder das hier. Ähm, das findet der Justus tatsächlich alles nicht hot. Der ist cool. Okay, okay, wir müssen aufhören damit. Aber wenn Twitch sagt, wenn's anziehend ist, ist es nicht erlaubt, dann lassen die das einfach einen bewerten, der das nicht hot findet. Komplett erlaubt und diese Streamerinnen dürfen eifertfreudig weiter streamen, anstatt gesperrt zu werden. Ich check's halt nicht. Monte wurde gesperrt, weil er mit einer Unterhose rumgelaufen ist. Das war dann plötzlich... Meine Theorie wird weiter fortgesetzt. Nein, Spaß. Okay, wir hören sofort auf damit. Wir hören wirklich auf damit. Es ist nicht lustig. Es ist nicht zu viel, oder was? Das sind halt auch alles keine Streamerinnen, die irgendwie 50 Zuschauer haben, wo man sagt... Aber man muss sagen, Monte ist schon anziehend. Da kann man nichts gegen sagen. Man könnte sagen, ja gut, das hat ja keiner mitbekommen. Die sind ja alle am Wichsen, sondern die haben teilweise... Ich frage mich nur, warum eins sowas stört. Ja, weil das nicht aus Twitch zu suchen hat. Also... Noppe? Ja, okay. Lucy Potter nicht, dann bin nur ich das. Tausende Zuschauer und sind wirkliche Größen auf dieser Plattform. Sie verstoßen halt offensichtlich gegen die Twitch-Regeln, einfach nur, um ihr Onlyfans zu promoten und Geld von irgendwelchen Männern zu bekommen, die keine Frauen klären. Selbst wenn sie mal gesperrt werden, sind sie nach drei Tagen wieder frei, obwohl sie ja wirklich einfach... Also, mich stört alles daran. Das gehört halt nicht auf diese Plattform und man macht nur Werbung für andere Plattformen und auf dieser Plattform sind potenziell Kinder unterwegs. Und hier wird man nicht gefragt, ob man 18 ist zuerst. Insofern... ...einen absoluten F auf die Twitch-Regeln geben und das Twitch einfach komplett egal ist. Ich habe sogar Insider-Informationen von einem Twitch-Mitarbeiter bekommen und von ein paar Influencern auch das Gleiche gehört, dass die Twitch-Mitarbeiter wirklich angehalten sind, diese Streams nicht sperren zu lassen. Erstmal ist... Weil... Okay, warte mal. Meine Theorie. Weil die viele Subs bekommen. Ja, ja, klar. Aber es geht ja darum, dass die eine eigentlich cleane Plattform ausnutzen, um FSK18-Inhalte zu bewerben. Darum geht es uns hier. Und das hat hier nichts zu suchen, deswegen kritisieren wir die. Sagt ihr und macht Stream im Maid-Outfit? Genau. Da muss ich aber aufpassen, gesperrt zu werden. Es wird anscheinend wirklich sexistisch. Frauen lässt man viel, viel mehr durchgehen als Männer. Und... Soll ich euch erklären, woran das meiner Meinung nach liegt? Genau. Ich meine, es ist auch rein theoretisch möglich zu sagen, man ist 18, wenn man nicht 18 ist. Just saying, aber trotzdem sollte das untertrennt sein. Ähm... Und dazu, warum man Frauen an der Stelle mehr durchgehen lässt als Männern, das liegt nur an Sims. Und zwar möchte Twitch diese Streamerinnen auf Twitch haben, weil... die viele Subs und Bits und Kram bekommen, an denen Twitch einfach unendlich viel Geld verdient. Ich meine, du... Da gibt es bestimmt Leute, die, keine Ahnung, 50 Subs raushauen, Hälfte geht erstmal an Twitch. Wenn ein Monter aber eine Unterhose trägt, kommt keiner auf die Idee, deswegen mehr Subs zu donaten. Deswegen macht Twitch das so. Das ist eine rein opportunistische Einstellung an der Stelle. Das kritisieren wir ja auch. Das liegt nicht daran, dass Twitch Frauen lieber mag als Männer. Das liegt einfach an der Einstellung, dass man sagt, ja, Frauen, wenn sie das tragen, kriegen mehr Subs. Und deswegen lassen wir das durchgehen. Exakt. Das ist auch so ein bisschen deren Strategie, weil Frauen wahrscheinlich im Durchschnitt deutlich mehr auf die Seite bringen, auch was Geld und so weiter angeht, als das jetzt ein Typ macht. Und dazu kriegt Twitch dadurch natürlich auch Reichweite, da vielleicht auch einige Leute dann nicht mehr auf 18-Plus-Seiten gehen, sondern sich einfach solche Streams angucken und halt nebenbei Geld da lassen. Wenn man sich nämlich die Statistiken von Twitch so anguckt, dann sieht man, dass die Seite momentan nicht mehr wirklich am Wachsen ist. Wir wären bei Männern wirklich der kleinste Fehler dafür... Ähm, das liegt aber daran... Äh, ich hätte noch acht Jahre warten müssen oder so. Ich bin jetzt... Ich hätte noch sechs Jahre warten müssen. Ich bin ja zwölf und kann noch nicht rechnen. Ähm, ja, Klaus, aber das liegt daran, dass du... Was streamst du? Blackjack? Nee, Poker? Irgendwas. Daran liegt das. Sorgt, dass du teilweise für Wochen gesperrt... Aber wann kommt der Top-Stream bei dir? ...wirst? Wird das den Streamerin einfach komplett durch... Ja, aber man kann ja einzelne Streams ab plus 18 spielen. Ah, Blackjack, okay. ...gehen gelassen. Tanzverbot beispielsweise sollte für 14 Tage gesperrt werden, wurde aber nach ein paar Tagen wieder entsperrt, weil er während einem IRL-Stream auf einer Toilette gestreamt hat und man jemanden gesehen hat, der seine Hände gewaschen hat. Das ging gegen die Privatsphäre dieser Person. Ja, das ist fair auf jeden Fall. Während Frauen sowas machen dürfen, muss man natürlich auf jeden Fall gegen Tanzverbot vorgehen. Für mich ist das Ganze einfach komplett unverständlich, weil wie gesagt, sie verstoßen offensichtlich gegen die Twitch-Regeln. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, naja, okay, ist eine Grauzone, kann man halt durchgehen lassen, sondern sie machen eins zu eins. Und warum schreiben sie es dann überhaupt in ihre Community-Guidelines rein? ...eins das, was in diesen Regeln steht. Das Gleiche war ja schon damals mit den Pool-Streams der Fall. Auch da gab es halt massenweise Leute, die sich da... Das ist halt das Gleiche, nur dass sie nicht mal mehr einen Pool brauchen. Also die Hürde war halt, du musst dir erst einen Pool kaufen, heute musst du mir keinen Pool mehr kaufen. ... darüber beschwert haben. Und hier hat Twitch wirklich knallhart gegen diesen sexualisierten Content durchgegriffen. Indem sie einfach eine eigene Kategorie dafür eingeführt haben. Nice, Digga. Ich freue mich schon auf die neue Twitch-Kategorie Cream Pie, Alter. Das wird mega. Was kann ich abschließend dazu sagen? Es macht mich sauer. Es macht mich Realtalk einfach... Ja, weil es halt eine unfaire Behandlung ist und Twitch nur danach geht, wer ihnen mehr Geld bringt. Und deswegen Leuten die Lebensgrundlage entzieht, die eigentlich nicht... Die eigentlich den einzigen Unterschied haben, dass die nicht so viel Geld auf die Plattform bringen. Und das ist absolut unfair. Komplett sauer. Wie gesagt, verstoßen sie offensichtlich gegen die Regeln. Man kann den Frauen schon gar keinen Vorwurf mehr machen, weil ganz ehrlich, die machen Geld wie sonst was damit. Twitch ist die Plattform... Würde ich auch nicht. Die nutzen das zwar komplett aus, aber an der Stelle muss man sagen, wer würde das nicht ausnutzen? YouTube ist doch nicht anders? Weiß ich nicht. Ja, aber es ist immerhin noch eine Hürde mehr. Die braucht man heutzutage nicht mehr. ...die dagegen vorgehen muss. Auf der Plattform sind auch viele Minderjährige und Jüngere dabei. Und laut den Regeln ist es ja sowieso verboten. Ich verstehe es nicht... Bin zu Hause angekommen. Okay, viel Spaß uns noch. Danke. Und Tom dir auch noch viel Spaß. ...warum man dann sowas durchgehen lässt. Es macht für mich gar keinen Sinn. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, falls irgendein Creator... Ja, Sniperwolf. C-Max Thumbnails. Da habe ich gerade erst ein Video zu gemacht. Muss ich noch online stellen. Dieses Video hier reagiert, dass der dann dafür gesperrt wird, weil das ja sexuelle Inhalte sind, die hier gezeigt worden sind. Das wäre lustig. Das würde ich fast schon feiern, muss ich sagen. Twitch macht sich einfach komplett lächerlich. Nee, ich werde gesperrt, weil ich werde gesperrt wegen meinen etwas kritischen Witzen. Okay, aber das müsste noch klar gegangen sein, oder? Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Es macht mich innerlich einfach wirklich komplett sauer, wenn man sich überlegt, dass Männer hier für jeden Scheiß gesperrt werden und Frauen einfach wirklich auf jede Regel scheißen. Nein, KuchenTV bann, weil er vor zehn Jahren irgendwas Böses gemacht hat. Oder vor 20 Jahren, als es Twitch noch nicht mal gab. Das ist der Grund, warum KuchenTV gebannt wird. Die dürfen einfach komplett so weitermachen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Sehr starkes Video. Da kann man eigentlich auch nichts anderes zu sagen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Link zu Twitch ist im Profil. Frau einschlägt, ja. Also Kuchen ohne Shirt würde ich mir anschauen. Seht ihr das? Was ist das? No, also Kuchen. Also Kuchen. Ich kann auch nicht aus. Es ist das. Das ist das. Vielen Dank.